Hallo liebe Zuschauer, heute heißt es wieder Hingefasst und Ausgepackt. Es geht darum eine Collectors Edition auszupacken, heute die von Deus Ex Mankind Divided aus dem Hause Square Enix zu Harpen für 119,99 OVP. In diesem Fall haben wir die PC-Fassung vor uns, ganz beispielhaft. Das Ganze kommt in einem ziemlich witzigen Karton daher, der ist dreieckig und sowas habe ich auch das Spiele-Logo, was mich verdammt an eine Triforce erinnert aus dem Hause Nintendo. Ich frage mich, wann da die Anwälte klagen, aber vielleicht tun sie es auch nicht und ich habe bereits die Klebelaschen gelöst und klappe das von hier aus auf und ziehe hier zuerst einen Schuber vor, in dem das Spiel eingebettet ist. Das lege ich mal hier hin. Das ist das ganz klassische Spiel in der Day-One-Edition mit jeder Menge digitaler Zusatzinhalte. Dazu zählen eine Bonus-Missionen, drei verschiedene Kostüme, ein digitaler Soundtrack, ein digitales Artbook, ein digitaler Roman und ein digitaler Comic. Aber die eigentliche Collectors Edition beinhaltet dann auch noch irgendwelche Nettigkeiten in diesem Fach. Ich habe hier den Deckel runtergezogen, der ist leider mit dieser Papierflappe verbunden, deswegen kann ich das nicht einfach so entblättern. Ich kann ja schon mal anteasern, dass hier ein kleiner Jensen drin hockt, ein Adam. Ich ziehe ihn mal raus. Adam Jensen ist als kleine Figur hoffentlich leicht zu lösen. Kaum schon Stange, du zerbrichst jetzt nicht live irgendwelche Sammelobjekte. Hier widmen wir uns doch zuerst dem Steelbook. Das liegt bei. Natürlich ist es leer, aber dann muss man nachher noch umräumen. Das ist exklusiv für diese Collectors Edition zu haben und hat einen ganz witzigen kleinen Aufdruck mit Glanz. Hübsch gemacht. Dazu gibt es ein Artbook. Da habe ich ein bisschen mehr erwartet. Es ist nämlich nicht sonderlich groß und zeigt verschiedene Artworks zum Spiel. Ich finde in so einem kleinen Format können solche Artbooks eigentlich kaum wirken, aber es gibt ja verschiedene Artworks. Das sind tatsächlich Konzeptzeichnungen, wie sie in der Spieleentwicklung wirklich benötigt werden und angefertigt werden. Das ist schon ganz hübsch gemacht. Solche Renders sind mir eigentlich nicht so. Sowas mag ich persönlich sehr gern. Das kann man sich durchblättern. Wie viele Seiten hat es? Die Seitenzahl ist nicht drin, aber da kann man schon ein bisschen drin rumschmökern. Eine nette Dreingabe, aber für meinen Geschmack viel zu klein. Also muss es die Figur richten. Und an der fummele ich jetzt noch ein bisschen, bis ich sie endlich draus habe. Ich würde sagen, die Kamera macht jetzt einen dankbaren Schnitt und wir sehen uns gleich, wenn ich sie ausgepackt habe. Und es ist vollbracht. Da ist die Adam Jensen Figur. Sie kommt mit zwei Einzelteilen. Zum einen gibt es hier diesen Fußhalter, damit sie stabiler steht. Der verdeckt dann zwar das Logo, aber macht die Figur weitaus stabiler. Sie ist auch gar nicht so schwer aus der ganzen Verpackung zu entfernen. Obendrein gibt es dann noch ein Einzelteil. Und zwar ist das ein Schalldämpfer für Adam Jensons Waffe, die man hier so aufschieben kann. Oh, Plastik auf Plastik. Und beide sind relativ dünne Teile. So weit und nicht weiter werde ich das jetzt schieben. Aber ich muss sagen, die Figur macht mich dann schon wieder etwas versöhnlich. Denn die ist wirklich detailreich gemacht. Das ist ein sehr schöner Guss. Diese ganzen Polygonförmigen Zacken und Scharten, die er als eine seiner Fähigkeiten im Spiel als Panzerung benutzt, die sehen richtig klasse aus. Das wirkte aus der Ferne auf mich und auf der Verpackung nicht so ganz überzeugend. Aber das ist detailreich genug. Das glänzt großartig. Und der Rest des Gusses ist wirklich toll gemacht. Es ist sehr detailreich. Es kommt dem Spiel schön nahe. Diese Figur gefällt mir sehr, sehr gut. Und damit haben wir es. Die Verpackung beinhaltet. Lediglich noch Plastikhalterung. Und das war ein kleiner Blick in die Collectors Edition von Deus Ex Mankind Divided.